Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video hier entsteht eigentlich aufgrund eurer Idee. Es war nämlich eurer Idee, dass ich euch meine Top 10 Purseys Produkte vorstelle. Ich werde nämlich auch so oft von euch gefragt, was ich denn empfehlen kann, was ich gerne kaufe, was ich immer wieder bestelle, weil die Auswahl ist ja wirklich riesig. Und deshalb gibt es heute mal einen etwas anderen Haul und bleibt übrigens ganz bis zum Schluss dran. Es folgt nämlich noch ein Gewinnspiel für euch. Aber jetzt habe ich hier mal vor mir meine Produkte aufgebaut und es war wirklich eine richtig schwere Entscheidung. Sich auf 10 Produkte wirklich zu reduzieren, das war gar nicht so einfach. Ich werde euch dann übrigens alles unten in der Infobox auch nochmal verlinken, dass ihr nicht lange es suchen müsst. Und übrigens habe ich jetzt so Sachen wie Supplements, Proteinpulver und so weiter nicht mit reingenommen. Wenn euch das mal interessiert, dann kann ich dazu auch gerne mal irgendwie ein eigenes Video dazu machen. Und ja, ich starte jetzt einfach mal direkt los. Ich habe einfach wirklich so geschaut, was benutze ich täglich, fast täglich, was kommt immer wieder in den Warenkorb, wenn ich was bestelle, beziehungsweise was würde ich auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Manche Sachen muss man ja gerade einmalig sich zulegen und hat sie dann so für immer. Deshalb, ja, let's go. Und zwar starte ich mit, ja, wirklich, das ist wirklich einer meiner absoluten Favoriten, was ich immer wieder bestelle. Und zwar jegliche Art von Butter. Ich habe da, ich weiß, ein bisschen geschummelt, sonst wäre sich das mit den 10 Produkten nicht ausgegangen. Das eine sind nämlich solche Nussbutter-Sachen, also zum Beispiel Mandelmousse und hier zum Beispiel Peanut Butter. Und was aber für mich auch eine Butter ist, deshalb eben, ja, Schokobutter. Also das sind diese, eigentlich ist ja auch eine Nussbutter. Man kann es mir nicht zählen lassen. Ich liebe sie einfach und man kann mit ihnen einfach so viel machen, egal ob in irgendeinem Joghurt, in irgendeinem Porridge-Bowl, was auch immer. Die sind einfach so gut und ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach, dass man wirklich eine gute Nussbutter findet. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Nüsse sind, dann packe ich die mal auf die Seite. Und dann kommen wir nämlich schon gleich zum nächsten, zum zweiten Produkt. Und zwar Nüsse. Gibt es ja bei Purses auch eine Riesenauswahl und die stehen jetzt einfach mal stellvertretend für Nüsse. Und zwar habe ich hier zum Beispiel so einen Nussmix. Also es gibt ja schon so fertig gemixte Nussmixe. Das ist zum Beispiel der Omega-3-Mix. Sehr gut, aber was eigentlich immer mit reinkommt, sind zum Beispiel Cashewnüsse. Also Cashewnüsse, würde ich mal so sagen, sind wirklich fast so meine liebsten Nüsse. Ich finde, die kann man einfach, ja, überall sehr gut reinmachen. Die passen in sehr, sehr vielen Gerichten rein. Man kann sie auch super gut einfach so snacken. Sie haben auch richtig viele gesunde Fette, viele Ballaststoffe. Mega proteinreich und einfach so gut. Also ich liebe Nüsse. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch entscheiden könnt, was eure liebste Nusssorte ist. Also wenn ich mich entscheiden muss, glaube ich, sage ich echt Cashew. Dann machen wir mal weiter. Und zwar, da habe ich mich so drüber gefreut. Und jetzt ist es auch schon unter den Top 10 Produkten drinnen. Obwohl sie noch gar nicht lange, ja, erhältlich sind, sind diese Organic Pasta. Zum Beispiel habe ich jetzt hier solche gelben Linsenpasta oder hier so Erbsenpasta. Und was einfach daran so, so cool sind, wieso sie einfach in meinen Top-Favoriten rein mussten, ist einerseits, sie sind bio, sie sind vegan, sie haben extrem viele Ballaststoffe, extrem viele Proteine. Also es sind einfach, wenn man sich die Nährwerte anschaut, Hammerprodukte. Ich kann euch ja mal ein paar Vergleiche aufstellen. Ganz herkömmliche Nudeln, wenn wir die jetzt mal mit denen einfach vergleichen, haben so um die 5 Gramm Proteine ungefähr auf 100 Gramm und die hier, haltet euch fest, 23 Gramm Proteine. Und herkömmliche Nudeln um die 3 Gramm Ballaststoffe und die hier das Dreifache, 9 Gramm Ballaststoffe. Also mega gesund, richtig, richtig lecker, also richtig gut zum Kochen. Ich bin so froh, dass es die Barbecurses gibt, also die werden jetzt immer gekauft. Jetzt schaue ich schon, was ich euch als nächstes zeige. Okay, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal so mit Snacks weiter, weil da gibt es ja auch eine Riesenauswahl. Und eine Kategorie finde ich super cool und zwar diese Krispies. Von denen gibt es ja alle möglichen. Es gibt zum Beispiel einfach nur die reinen Krispies, zum Beispiel einfach diese Maiswaffeln. Gibt es aber zum Beispiel auch mit Schoko, finde ich auch super cool, so zum Snacken. Es gibt aber auch diese Krispies Minis. Ich finde das einfach ein richtig cooler Chips-Ersatz, weil man einfach irgendwie so was Kleines immer so knabbern kann. Und man stopft sich aber nicht irgendwelche ungesunden Fette und was weiß ich, was alles in sich rein. Und die wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen, wenn es um Krispies geht, aber die habe ich, ich glaube, gestern aufgegessen. Das sind diese Krispies zum Beispiel aus Erbsen oder aus Linsen. Also das sind so richtige, wie so Tatillas schauen sie aus, solche Dreiecke. Ja, also die kaufe ich wirklich jedes Mal. Die bestelle ich jedes Mal mit und die sind einfach richtig lecker. Dann, wenn wir schon beim Thema Snacks sind, habe ich auch noch was. Uh, die habe ich ja schon aufgemacht. Ich dachte, das ist noch eine frische Packung, aber das ist die von vorhin. Naja, egal, da kann ich sie euch noch gleich besser zeigen. Diese Wedgie Snacks, ich nenne sie immer Energy Balls, so sehen die aus. Und ja, die snackt man einfach so vor sich hin. Es ist auch kein irgendwie Zucker oder Sonstiges drinnen. Also kein industrieller Zucker, alles rein, was zum Beispiel hier einfach draufsteht. Zum Beispiel Kakao, Chiasamen, Kokosnuss und 86 Sonnenblumenkerne. Sonst nichts. Also das ist ein bisschen so die Kakao-Sorte. Dann gibt es noch Karotte, Erdnuss, rote Beete und Pflaume. Und ich mag eigentlich am liebsten Kakao, wenn ich mich entscheiden müsste. Dann habe ich nämlich überlegt, wenn es jetzt um Riegel geht, so einen Proteinriegel, Riegel zum Mitnehmen, was könnte ich euch da zeigen? Und ich habe ewig lang überlegt, ob es der Energy Crunch ist oder der Hazel Daisy. Und ich habe mich jetzt schlussendlich für den Hazel Daisy entschieden. Ich liebe einfach diesen Riegel. Ihr seht eh, das ist wie so ein kleiner Kinderbueno. Your guilt-free pleasure of hazelnut cream. Also so ein richtig, ja, gesunder Snack. 4,2 Gramm Zucker nur, also für einen Schokoriegel muss man ja eigentlich sagen. Und 32 Gramm Proteine. Und so lecker. Ich mag es zum Beispiel eben nicht so gerne, wenn ein Riegel zu proteinpulvrig schmeckt. Also wenn man das Proteinpulver zu sehr rausschmeckt. Und das ist bei dem gar nicht so. Also mega. Und jetzt kommen noch ein paar so Kleidung, technische Lifestyle-Produkte. Und ich starte jetzt einfach mal mit der Kleidung. Da musste ich nicht lange überlegen. Ich wusste einfach sofort, es ist einfach eine Leggings und ein Sport-BH aus der X-Kin-Reihe. Das ist wie so eine zweite Haut. Das ist ja ein bisschen so das Motto von der Linie. Und so fühlen sie sich an, so sitzen sie. Also egal welches Modell, welche Farbe, welches Design. Es sitzt einfach alles immer super. Ich bestelle mir übrigens, weil ich das auch ganz oft gefragt werde, immer alles in meiner echten Größe. Also ich habe sowohl oben als auch unten einfach XS. Das wollte ich schon X-Kin sagen. Ich ziehe sie nicht nur zum Sport an, sondern auch einfach so, weil sie schön aussehen, weil sie bequem sind. Also für den Preis, diese Qualität, ich weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Und ihr wisst es eh von meinen ganzen Hauls. Ich liebe einfach die Sachen. Dann habe ich noch etwas, was ich auch eigentlich fast täglich, kann man sagen, benutze. Das sind diese Kuhflaschen. Ich zeige jetzt einfach mal diese hier. Die haben nicht nur ein super schönes Design, sondern sind auch noch richtig, richtig gut. Egal, ob da jetzt was richtig Heißes drinnen ist, das bleibt richtig heiß. Wenn was richtig Kaltes drin ist, bleibt es richtig schön kalt. Also im Sommer praktisch, wenn man am See liegt oder am Meer liegt, zum Sport sowieso. Aber auch im Winter, wenn ihr euch irgendwie einen Tee reinfüllt, super. Es gibt auch unterschiedliche Größen und richtig viele verschiedene Farben. Okay, ich bin zum Glück noch auf etwas ganz Wichtiges drauf gekommen. Was ich wirklich täglich benutze, zu 100% zweimal täglich. Was könnte es sein? Richtig! Meine Zahnbürste! Ich habe nämlich von Pursus diese Ultraschallzahnbürste. Ich habe sie in weiß, Sascha hat sie in schwarz. Und ja, was soll ich jetzt irgendwie dazu zu einer Zahnbürste sagen? Es ist also eine elektrische, die hat fünf so Modis. Clean, white, polish, soft and sensitive. Also ich putze eigentlich immer mit clean und mit white. Mega praktisch, echt günstig. Ich glaube, die kostet 35 Euro. Und ja, sie macht schöne Zähne, wie ich finde. Das ist die Hauptsache. Und jetzt noch das letzte Teil. Es ist auch etwas Technisches. Und es ist so klein. Tada! Meine Aria-Aria-Kopfhörer. Es sind auf jeden Fall diese Wireless-Kopfhörer. So sehen die aus. In weiß sind sie übrigens auch richtig schön. Das sehen sie dann irgendwie ein bisschen so aus, wie halt diese AirPods. Und das Coole ist, die kommen eben in diesen Etui. Und in diesen Etui werden sie auch aufgeladen. Also super praktisch. Ob jetzt zum Training, unterwegs sein. So Kopfhörer kann man immer brauchen. Man hat kein lästiges Kabel. Und sie sind einfach viel günstiger als eben zum Beispiel diese AirPods. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Kopfhörer sind. Es gibt nämlich da neue, noch bessere. Kommen wir vielleicht zum Gewinnspiel. Okay, ich habe nämlich jetzt nochmal geschaut. Ich habe wirklich jetzt meine Top 10 Favoriten euch jetzt schon gezeigt. Und jetzt, wie gesagt, das Gewinnspiel. Ich glaube, ich erkläre euch mal kurz, wie, was überhaupt. Ich habe nämlich zwei verschiedene. Einmal, ihr wisst ja, wenn ihr mit meinem Code Polina 10 bestellt, nehmt ihr immer automatisch am Gewinnspiel teil. Und für dieses Video habe ich mir was richtig Cooles einfallen lassen. Ich habe nämlich für euch zwei Pakete zusammengestellt. Und wenn ihr, wie gesagt, mit meinem Code bis Ende August, also am 1. September werde ich dann auflösen, wenn ihr bis dahin mit dem Code bestellt, nehmt ihr automatisch teil und könnt eines dieser zwei Pakete gewinnen. Das ist das erste Gewinnspiel. Ich zeige euch gleich, was das genau ist. Und das zweite Gewinnspiel, weil ich wollte ja auch noch, dass ihr auch die Möglichkeit habt, dass ihr einfach durch die Kommentare, durch Abonnent sein, durch Leiten gewinnen könnt, ähm, könnt ihr auch noch was gewinnen. Ich zeige euch jetzt mal zuerst das erste Paket von dem Gewinnspiel, wenn ihr mit meinem Code bestellt. Es gibt nämlich viele neue, coole Technikteile. Die habe ich auch. Habe ich jetzt aber nicht ins Video gepackt, damit ich euch einfach noch andere Sachen zeigen kann. Das erste Paket besteht aus einer smarten, aus einem smarten Springseil und aus den Wipe Soundpots. Diese X-Speed Smart Jump Rope ist eine, ist ein Springseil, eine Springschnur, die gleichzeitig auch mit der App verbunden werden kann. Dann kann man aufnehmen, wie oft springt man. Dann kann man so einen Countdown setzen. Also mega cool. Und diese Wipe Soundpots sind, wie gesagt, sehr ähnlich wie diese, die ich habe. Nur, dass sie noch zusätzlich so ein Noise Cancelling Funktionsteil dabei haben, dass man einfach nichts mehr hört. Also sie sind auch wireless, aber man hört einfach nichts mehr, was so rund um einen herum passiert. Mega, mega cool, oder? Also das ist Paket Nummer 1, wenn ihr mit meinem Code bestellt. Und Paket Nummer 2 ist ein bisschen Styling Beauty lastiger. Damit einfach für jeden was dabei ist. Das ist das zweite Paket. Bestehend aus... Purses hat einfach mal ein Glätteisen rausgehauen. Also aus einem Glätteisen. Aus einer Facial Cleansing Gesichtsbürste. Und aus einem Föhn. Also das ist Paket Nummer 2. Und das ist Paket Nummer 1. Es ist auch ganz egal, in welchem Wert ihr übrigens mit meinem Code bestellt. Jeder nimmt automatisch teil. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte aber unbedingt auch noch was unter den Kommentaren verlosen. Unter dem Video hier. Deshalb habe ich einfach gleich nochmal die Soundpots hier. Und das heißt, wenn ihr jetzt Abonnent von meinem Kanal seid, diesem Video hier einen Daumen nach oben gebt und in die Kommentare schreibt, was euch am besten von den Produkten gefällt oder was euer persönlicher Favorit ist, wenn ihr schon mal selbst bei Purses bestellt habt, dann nehmt ihr automatisch teil und könnt diese Soundpots hier gewinnen. Und auch dieses Gewinnspiel wird am 1. September aufgelöst. Also ich möchte euch einfach mit meinem Gewinnspiel immer ein bisschen was zurückgeben. Ich bin einfach so dankbar über euren Support, über euer Feedback, über eure Kommentare, über alles, was ihr immer da lasst, was ihr mir zurückgebt, über jedes Gefällt mir, über jeden Daumen nach oben. Da unterstützt ihr mich einfach so, so sehr. Und ich habe einfach so eine positive Community. Das ist unglaublich. Vielen, vielen Dank an jeden und jede Einzelne von euch. Das war es jetzt auch mit dem Video. Ich möchte es nicht mehr unnötig in die Länge strecken. Nehmt auf jeden Fall teil. Ich wünsche euch ganz viel Glück und ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Top 10 ein bisschen helfen, was vielleicht auch für euch passen könnte, was euch gefallen könnte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Tschüss. Tschüss.